Jo, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Copyright und das ist jetzt die vierzehnte Folge, Leute. Und ja, die vierzehnte Folge, das ist echt krass, wie ich das durchziehen. Und jetzt habe ich auch mehr Zeit, Leute, weil ich habe gerade jetzt in Zoom geschrieben, ihr wisst doch, Bruder. Aber, ey, ey, so unter uns, ne? In der Musik bin ich scheiße. Ich habe eine vier. Jetzt habe ich eine vier aufgetrocknet. Das ist geil! Gebe ihm. Äh, oh, was ist das, ne Katze? Bam! Hä? Ich habe nichts gedrückt. Hui. Kann ich nicht da rein? Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Pro-Profil, seit ein Anbieter, nicht für die Dach. Hulalala. Hui. Au. Leute, heute wird... Leute, heute kann auch gar nicht dazwischen geredet werden, weil meine Mutter nicht da ist. Sie hat Spätschicht. Oh, die... Ah, geil. Habs. Äh, Time... Union... Ne, Union... Union Square. Ja, nicht Times Square. Spiderman! Oberberrückt, Digga! Digga, was schießen die auf mich? Nee, was schießt die auf mich? Was schießt die immer auf mich? Was? Überlegst du das eigentlich? Das sollte ich nicht mal... Au, Mann! Du musst du endlich mal töten! Aber der Horrorspritztour amtlich gestoppt! Halt! Jetzt kann ich einmal nur rücken! Das tut doch weh! Ich bin auch ein Mensch, Sable! Sableino! Leute, ich spare mir das jetzt! Ich hab nämlich drei und ich spare mir das jetzt! Und ich spare mir das jetzt! Und ich spare mir das jetzt! Spiderman! Spiderman! Oh! Oh, ja! Die Bowery! Ich bin in Schiene, ich bin in Grimm's! In Queens! Oh! Alter! Alter! Wie soll man verfolgen die Füße denn noch? Boah, Alter! Ey! Geh doch hoch! Danke! Ähm... Da Leute! Jetzt sind Leute! Ich bin ein Idiot! Ja, das bin ich! Ich bin jetzt bei der vierzehnten Folge! Ich bin jetzt bei der vierzehnten Folge! Bis Miles zurückkommt, können wir nur noch weiter Essen verteilen! Oh, wie könnte! Wie schön dich sind zu sehen! Wie geht's dir? Gut! Mir geht's gut! Was ist mit dir, May? Gut! Viel zu tun! Oh! Lass mich gehen! Vorsicht! Ich bin okay! Ich bin okay! Hat das Dümmer nicht mal gesagt! Ich akzeptiere, dass ich auch nur ein Mensch bin! Du und Ben! Okay! Okay... Gibt mir eine Chance, meine Papa stolz zu fallen. Ich will mich nicht um dich und sie sorgen. Jetzt? Hi und wie geht's dir? Peter Parker. Ich renne. Oh! Oh! Ahem. Das... Danke. 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 Da ist niemand. Ja, geil! Ich bin unverwundbar. Geil! Ich bin von Umwege gegangen. Oh, du Schadfurtze. Guck mal an. Oh. Hey, wer ist da? Niemand. Ähm, ich bin so dumm. Warte, dass ich rote da rein. Hm. Du Schadfurtze. Hecht und hecht. Was ist da? Oh. Ey, ich wollte das noch gerade abbremsen. Das wird's normaler jetzt. Jetzt. Gib ihm. Äh, hier sind... Okay, das sind Sable-Typen. Ähm, Sable-Typen. Ja, das ist richtig. Weil da drin schon so was kommt. Oh Mann. Äh, I know. Alter Mann. Alter Mann. Alter Mann. Wie du so Baby tust. Alter. Wow. Oh, die am Sable-Typen. Pally. Ah, ja. Skorpion ist auch da drin. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war ja kein Blut, Alter. Nein. Schönen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, das hast du nicht. Ja, wirklich. Ich trau mich nicht. Nürgendwo. Ich geh jetzt noch. Ich schaue mich nicht. Oh, nee. Ich trage mich. Ich schaue mich nicht. Wie lange? Nein. Ich möchte mal die Kisten. Ja. Spiel. Äh ja, Nutzerabdeck. Er sieht wieder weg. Oh, oh, oh. Oh, oh. Blätterabdeck. Ich hörts mal auf ihn. Oh. Hä? 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 Man sollte die ganze Zeit abwarten. Äh. Ich geh mal jetzt hinterher. Ich bin nirgendwo, I know. Ich bin nirgendwo. Ich nervt schon nicht. Geh einfach nur weg. Ja, ja. Geh schön. Geh hoch. Okay. Äh. Äh. Renn doch weg. Brenn doch. Mann. Okay. Das ist aber richtig. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Ja. Äh. Ja. Los, 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 los. Bader, los. Ja, ja. Gib ihm, gib ihm. Schnell rein. Oh mein Gott. Nirgendwo. Ich bin nirgendwo. Ich bin nirgendwo. Oh, oh. Oi. Los geht's. Stop. Nein. Richtig. Oh, au. Ah. Ich bin so bumm. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Okay. Ich kann nicht mehr. Nein, komm nicht zu mir! Geschrei dich so, Holzer! Also ich war lustig, ich spiele keine Spielchen. Naja, da hast du geguckt. Ja, und das hat er bestimmt noch nie. Jetzt, jetzt läuft er einfach weg und lässt ihn allein. Großer Fehler, Kleiner. Ihr dürft nur Leute nicht so rumchubsen! Wie wie denn? So etwa? Haha, der hat einen echten Mumm! Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr genau! Nhưng doch schon so gut! Ein Schlag weg, Digger. Grüß dich auf Herz! Okay, das haben sie sogar. Da Spadman! 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 Ja! Kampf um die Fahrräte! 5,000! Wuii! 4! Oh Bruder! Jetzt muss ich aber erstmal Fähigkeiten upgraden! Wait a minute! Ja! 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 Ich glaube, das ist, weil... Wer ist das? Ja! 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 ich kann schon einmal denn dein gesicht das bringt glaube ich ist ja ich weiß nicht ich kann die nicht ein spiel weil leute immer ist also wo man mal gesehen und wo er gesagt hat in deiner größe dann merkt man ja direkt dass es eine schwäche ist man kann nicht einspielen aber nur fast nur aber nur fast so ist tot er würde doch sagen es auch endlich achten das skorpien das weiß ich dass wir schon einschränkt wiii wiii baam gag an gag an wiii aah wen ist die frage aah aah meine wow 8 tonne baby 8 tonne baby aah aah it's happening out of the box bum wii 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 Team, oh, au, man das tut mir weh, alter, au, ui, au, ui, au, ey, 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 ich bin mal weg, guck uns, ey, gagam, gagam, ui, ich hole mir jetzt mal rein, oh, au, man, ey, geh mal weg jetzt, ich hab echt Angst vor Wino, ah, ich bin auch ein Mensch, ich hab auch Gefühle, ich hab, ich hab ihn, guck, da liegt er, jetzt du, meine, komm, komm, wieso musst du jetzt auf mich werfen, so, das war's, tschüss, ja, wo bleibt denn der Spaß, ne, ja, das ist, ja, das ist mein ganz, was, du hast deinen Anzug, ne, ah, dein, dein Anzug ist schon elektrisch gemessen, Oh, das ist, ja, der ist ja, der ist ja auch nicht, eraine, aber, ist ja, ist ja ein一定horn, Boah, du hast echt heben, muss ich sagen, klappen, So, das war's mit dir, wenn jetzt...erlebt er noch nicht...doch er lebt. Oh! Oh, oh, oh! Die Nafel. Oh ja! Oh! Au! Oh ja! Schweres Geschütz. Lea und Octavia. Schöpfe! Na ja, das ist so geil. Ich hab' die Holen. Ne, ja, genau. Das ist geil. So ist der eben unser geliebter Bürgermeister. Den Fall 20s. Ja. Vielleicht. Ah, bei mir juckt's. So besser. Ne. Reine in Sekunden. Tricks am selben. Im Pentam. Aber ist halt okay. Und noch ins Büro. Pfff, im Penthouse. Beim Penthouse. Beim Penthouse. Okay. Oh! 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 E tágunne! Aber das ist dabei! Es versteht aber, wir brauchen die Position! Warte bis nicht in der Nähe gehen! Dann geht's los! TötelGGGermeister! Netschungahu.. und posting griev.... . Echt? Hmm. Nein, sie Netschung. Und? Ja. Ja. 토�ratmeter futter dicbersk innern. Hüssgel! Nein, Alter! Das ist das Penthouse. Oh, das ist daneben. Ich bin da. Ich gehe genau da hin. Irgendwo ist das Penthouse schon... Ah, au. Au. Danke, Pete. Okay, Moment, Penthouse ist der oberste Stockwerk, aber der Aufzug ist gesperrt. Sicherheitsraumhaus kann nicht in den Dreh regeln. Ey, ja, hallo. Entschuldigung. Ich schreibe gerade mal Notar, was ist es will. Äh, äh. Oh. Ja. Da ist der Sicherheitsraum. Aber die Wache sieht sich, wenn ich reagiere. Ich gehe dann rein. Tschüss. Äh, hallo. Hallo. Ähm, okay. Vielleicht hier? Hallo. Warte. Warte. So, und jetzt? Noch ein bisschen? Hallo, noch ein bisschen? Moment, ich meine. Da. Ich hab gehört, manchmal darf man da wieder nach oben. Notfall zum Beispiel. Wirklich? Na los, reden wir mit der Security. Was ist das? Ah, Mist. Jerry, komm raus, es gibt dir Ärger. Oh, Mann. Ich erstrecke. Lassen Sie mich doch nicht aufhören. Bleiben Sie bitte ruhig. Save International ist mit der Kontrolle bald fertig. Du sagst, es ist schon eine Stunde. Ja, es ist frustrierend. Aber denken Sie daran, dass alles ist die Ehre sicherheit. Bleiben Sie bitte ruhig. Nimm den Elektroschocker. Ui. Ich kenne Sable-Agents, denen du gefallen bist. Ähm. Das ist jetzt keine Hör darin, ja? Okay. Hallo. Wow, unruh! Oh! Oh, schon, schon! Oh! So, also töd ich dich, also geh mal weg, Allah! Nun, dann musst du uns nicht rein machen. Hm, tschüss! Alleeert 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 Ah ja Okay Setzt da raus, geil Ein Hausaufzug, endlich Da ist noch mal Findet den Alarmtechniker, Feuer Ja, ich geh da mal rein, ne Das sieht so aus, der hört sich an wie ein Mann Dicke, was hat man denn für Probleme? Oh Oh, muss ich mich erst verstrecken, Lotto Das war heute mal wieder ne lange Folge Ne lange Folge Morgens Wache haben sich verzogen Wenn er hier irgendwas versteckt, dann finde ich es Ja Was ist das? Damit könnte ich etwas zu tun haben Bleib lieber weg Ich sollte fürs erste Erste sein Was ist das denn? Hm Ein Bauplan einer Autotyp-Gefächts-Skill Offenbar kann sich die strukturelle Schwächen nicht zeigen Hm Hm Äh Diese Maske ist unglaublich Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt? Okay, dann geh ich mal durch hin Ich suche ihn Ich suche ihn Für bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt Oh ja Da ist noch was Ich suche ihn Und ich suche ihn Das ist auch was Das ist WHERE Okay Wir wollen Ja, das guck ich jetzt. Die Stadt ist im Notstand, aber Norman schafft es noch immer, dass für ihn gewaschen und geputzt wird. Was für ein Held. Kann ich? Ja! Ja, ich kann nicht geputzen. Klar hat Norman einen Pool. In New York gibt es Ratten und Pizza, aber keine Sonnenliegen und rings und Schirmchen. Ja, das ist sehr perfekt, Alter. Ich bin doch einfach. Normans Bade sind sie meist größer als wenn ich so zu wohnen. Detebrierend. Pfff! Pfff! Normans Bade sind sie meist größer als wenn ich so zu wohnen. Was auf denn eine solche Freundschaft zerstört? Oder hier? Hier ist dann scheinbar nass. Pfff! Rein um die Gerüchte. Da! Ja! Ja, wo ist jetzt Harrys Zimmer ist die Frage? Da drüben. Okay. Da drüben. Und so. Oder wo ist das, Alter? Da drüben. Da drüben. Wie hättet's noch? Da drüben. Oh, ne? Es wird ja auch noch nicht. Ja, damit gehts noch was. Okay, let's go! also typisch spieler du bleibst hier das als wäre ich werde die produktion sie werden nicht komplett ich scheine mit ihr komplett angreifbar zu sein ich gehe allein ende der diskussion was ist die zwei auf stand ich gehe an die luft was ist denn bei nicht um das ist super Kann ich auch eine Abkürzung bitte nehmen? Oh, hier ist jemand. Hier ist jemand. Nimm einen Kürter. Nimm bitte einen Kürter, bitte. Oh, danke. Danke. Schnee. Das ist nicht lang. Da muss ich holen. Krim. Was ist denn das? Das ist gemein. Und dann tschüss. Au. Bitte. Der ist nicht getötet. Oh. Bingo. Ich erkenne es. Gib ihm. Ja. Ich muss herausfinden, wo das Tartvertealter blau ist. Denn muss doch was nützliches sein. Norman gewählt den Preis für die schiefste Tarte. Wie. Oh, ist es. Scheinend verfolgt Norman. Dr. Markets Position. Bresig. Dr. Strong. Oh. Dieser Sorotik-Experte? Kleine Bewegung von Dr. Ben-Eller. Dr. Mikelitz leitet das Total-Data-Team, wo das Antiserum auch sein mag. Er war auch dort. Das ist alles im Besitz von Oswald. Geschäftsgebäude. Wow. Das sind viele Daten-Center. Standorte von Sadie-Trocken. So finde ich das Teufels-Altanta-Blauch. Sie muss ein Oswald-Gebäude in jeder Menge Sable-Schutz sein, wenn Dr. Michaels besucht wird. Leute, ist Dr. Michaels das richtig? Ist jetzt Daten richtig? Man kann da auf jeden Fall auch... Dr. Michaels war bei diesem Oswald-Gebäude. Aber die Sable-Leute fehlen. Was ist das nicht? Ich suche ein schwer überwachtes Oswald-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Gutes als Alters-Alpha-Team. Nein, es ist nur eine Sable-Streife. Sehr schön. Eine Überschneidung mit Dr. Michaels Weg. Mal gucken. Oskopf-Gebäude. Aber Mikelitz und Sable fehlen. Das ist das nun mit Heufelsatem, aber sicher viele Sable-Truppen. Warum nicht die richtigen Kategorien? Dr. Michaels und Daten sind, glaube ich, richtig. Dr. Michaels und Daten sind, glaube ich, richtig. Oskopf-Gebäude. Aber bei Kriegs und Sable-Fieren. Das ist das jetzt. Dr. Michaels und Daten sind, glaube ich, richtig. Äh? Okay. Dr. Michaels und Daten sind, glaube ich, richtig. Wunderschön. Oh, doch. Sehnte LGK-D-Rof aus CO erfeste Datenzentrum. Es wird öffent, versteckt für heines Biotek-Labor. Wir haben 20 Shuffle-Vatern. Was ist das? Oh, es ist für ihr Leben auch, dich. Vielleicht leibe. Genau, man. Martin Lee's Mutter. Martin Lee's Mutter. Martin Lee's Mutter. Martin Lee's Mutter. Ich muss es haben. Was ist das? Mann. Mann, alter. Die Spider-Mensch-Bähne. So eine Spider-Mensch-Bähne. Die Spider-Mensch-Bähne. Die Spider-Mensch-Bähne. Nö, ich... Äh, wie... Okay, ich ranne jetzt. Ich ranne. Ich ranne. Ich ranne. Ich ranne. Ich ranne. Oh! Nein, du siehst gar nichts. Du siehst nichts. Moment! Mach doch einfach... Mach doch einfach... Weiß einfach aus. Dann... Mach... Und dann... Geh einfach ganz zu ihm hin und mach einen Stromschlag. Ich geh rüber. So. Und du kannst mich nicht ablenken. Ich geh jetzt schön da rüber. Ja. Ey, es ist so unrealistisch. Den richtet hier lang. Mir egal. Tschüss. Ja, und Tschüss. Alter, es ist so dumm. So unrealistisch hier das Spiel. Tschüss. Elfa-Team nicht brav, oder? Bech! Tschüss! Nein! Tschüss! Der Balkon muss frei sein. Jep. Tschüss! Nein, ich hab sie nicht. Pete, bist du da? In einer der Elexigke. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nur noch auf der Ecke. Boah! Ich schieß das, das ist mir kaputt. Pete, bereit? Warte, warte, warte. Du bist dran! Ui! Hey! Oh, das war... Loil! Ähm... Du bist der Herr! Äh! Du bist mein Körper, Baby! Ah, ja! Und das war mein Anzug. Bei mir, wo die ist mir einfach, dass es mir nicht Warte, das sieht geil aus, Leute! Leute... Ich stream dann auch, ob wir auch wieder Fortnite regelmäßig... Wirklich? Ich schwöre. Du findest Norman und das Heiligen. Ich spür mich. Ich spür mich. Ich spür mich. Ich spür mich. So Leute, das soll es mit der Folge gewesen sein. Mit der 14. Folge oder 13. Folge. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber das soll es wirklich gewesen sein. Und tschüss.